Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video. Im letzten Video, wo ich euch erklärt habe, wie ihr effektiv Taktik lernen könnt, habe ich euch versprochen, euch mal Chess Tempo zu zeigen und wie ihr dort effektiv Taktik lernen könnt. Und hier seht ihr gerade, habe ich Chess Tempo offen. Ich bin hier gerade schon eingeloggt und für die folgenden Dinge braucht man hier die Gold-Mitgliedschaft. Hier sind die Mitgliedschaften mal aufgelistet und ihr seht hier, diese Gold-Mitgliedschaft sind 35 Dollar im Jahr, was nun wirklich nicht viel ist, wenn man das jeden Tag benutzt. Und wenn ihr euch das andere Video angeschaut habt, wisst ihr, dass ich euch absolut empfehle, es jeden Tag zu nutzen, denn effektives Taktik-Training funktioniert nur dann, wenn man es gerade jeden Tag macht. Hier sind die ganzen Features aufgeschrieben. Es gibt letzten Endes noch viele weitere, wofür ich das jetzt empfehle, ist der Filter für die Aufgabensammlungen, den wir gleich nutzen werden. Und eine weitere Möglichkeit, darauf gehe ich möglicherweise nochmal ein, wenn wir mal über Einspiele sprechen, man kann hier auch tolle Endspielaufgaben machen. Heute soll es hier um die Taktik gehen. Also, ich habe hier diese Gold-Mitgliedschaft und hier oben seht ihr das Menü. Ich möchte mir jetzt ein Aufgabenset erstellen mit erstmal nur Matt in Eins. In dem Video Effektiv Taktik lernen, habe ich euch erklärt, dass es vor allem um Muster geht bei Taktik. Und ich möchte jetzt erstmal die grundlegendsten Matt in Eins Muster trainieren. Und dementsprechend möchte ich jetzt erstmal Matt in Eins Aufgaben lösen. Also, ich gehe hier auf Aufgaben, gehe hier auf eigene Sammlungen und habe jetzt hier nun die Übersicht und kann hier eigene Sammlungen erstellen. Das mag erstmal ein bisschen einerschlagen, diese Übersicht, aber ich gehe das mal mit euch durch. Also, hier kann ich einen Wertungstyp wählen, Standard, Gemischt, Blitz, Theorie, Praxis und Benchmark. Theorie und Praxis, das Benchmark, das geht insbesondere Richtung Endspiele. Gemischt, also Standardaufgaben sind die normalen Taktikaufgaben. Gemischt, da sind auch Verteidigungsaufgaben mit drin. Blitz sind eben Aufgaben aus Blitzpartien. Ich lasse es hier einfach mal auf Standard stehen. Hier seht ihr die Wertung des Rätsels. Das ist die entsprechende Schwierigkeit im Prinzip. Die kann man hier einstellen auf einem Schieber. Da wir jetzt Matt in Eins machen, möchte ich das nicht noch weiter separieren nach Schwierigkeit und lasse es mal so stehen. Anzahl Züge, die die Kombination benötigt. Ja, da wir hier Matt in Eins machen wollen, wollen wir nur Anzahl Züge Eins bis Eins. Man könnte jetzt ja auch Zwei bis Vier oder Ähnliches machen. Matt in Eins, also nur Eins bis Eins. Versuche aller Benutzer insgesamt. Ja, das ist relativ unwichtig. Dieser Schieber wüsste ich nicht, wie man den jetzt sinnvoll nutzt. Jetzt wird spannender Aufgabentyp. Aufgaben mit Gewinn. Hier kann man auch irgendwie machen Aufgaben ohne Gewinn, aber sehe ich irgendwie nicht den großen Nutzen von. Was wir jetzt noch brauchen, ist hier das Ergebnis. Wir wollen natürlich nur Matt. Denn wir wollen Matt in Eins haben. Aufgabenbewertung könnte man natürlich auch nochmal hochstellen. Aber wir wollen ja wirklich alle, so viele Matts wie möglich lernen, so viele Muster wie möglich. Deswegen lassen wir alles drin. Farbe ist uns auch egal. Anzahl der Figuren ist uns egal. Und auch der Partizug ist uns egal. Die relevanten Filter sind hier nur ein Zug und nur Matt. Jetzt machen wir hier Sammlung erstellen. Ich nenne das jetzt mal Matt in Eins. Erstelle. Und jetzt legt er mir unten hier schon vor, sagt er mir Aufgabensammlung erstellt und sagt Training starten. Okay, ich habe den Moment verpasst, da drauf zu klicken. Also gehe ich jetzt hier oben auf Training. Schachttaktiken. Und hier sagt er mir jetzt Aufgabensammlung Matt in Eins. Das ist schon die richtige. Sonst würde ich jetzt hier auf Sammlung wechseln und würde dementsprechend hier persönlich Matt in Eins. Start. Es ist jetzt schon eine Aufgabe aktiv. Die breche ich ab. Und klicke jetzt auf nächste Aufgabe. Und jetzt starte ich hier mit meinen Matt in Eins Aufgaben. Ja, war jetzt am Zug. Und nochmal hier ganz kurz für die Art und Weise, wie ich hier empfehle, euch Taktik zu lernen. Schaut hier 30 Sekunden bis maximal eine Minute rein. Hier oben läuft der Timer. Entweder ihr seht das Matt, dann kennt ihr das Muster oder ihr seht es nicht, dann kennt ihr das Muster noch nicht. Und was ihr dann macht, zeige ich euch gleich. Erstmal diese Aufgabe machen wir jetzt mal. Okay, ich sehe, Dame H6 setzt Matt. Ja, jetzt kann man sich hier noch ein bisschen was anschauen. Andere Züge, die nicht gut genug sind. Hier habe ich jetzt auch immer so ein Tag, ungeschützter König. Das ist für mich jetzt hier alles nicht so spannend. Das, was ich euch jetzt zeigen möchte, zeige ich mal in der nächsten Aufgabe. Schwarz am Zug. Setzt wieder Matt in Eins. Und wir nehmen jetzt mal an, wir finden es nicht. Ja, wir warten hier 30 Sekunden bis eine Minute. Das überspringe ich jetzt mal. Wir finden es nicht. Klicke ich hier auf Aufgeben. Gucke mir die Lösung an und sehe, Springer E4, nächster Zug, Turm D3 Matt. Aha, Turm D3 Matt. Und jetzt kommt wieder der Prozess, den ich euch beschrieben hatte. Einmal, zweimal, dreimal. Ich lasse es mir dreimal zeigen, die Lösung. Gehe wieder zurück und gehe es jetzt noch dreimal im Kopf durch. Turm D3 Matt. Einmal, Turm D3 Matt zweimal, Turm D3 Matt dreimal. Dreimal durchgespielt, dreimal im Kopf. Muster erstmal abgespeichert. Ich gehe zur nächsten Aufgabe. Und mit diesem Muster oder mit diesem System könnt ihr schnell neue Muster lernen. Denn jedes Mal, wenn ihr ein Muster nicht kennt, dann werdet ihr das merken, indem ihr die Aufgabe nicht lösen könnt. Ihr schaut euch die Lösung an und speichert dieses Muster ab und schon geht es weiter. Es ist sicherlich ein sehr effektives Mittel, um schnell neue Muster zu lernen und sich taktisch zu verbessern. Eine weitere Möglichkeit, das zu nutzen. Also ich würde euch empfehlen, erstmal diese Matt-Geschichten zu machen. Matt in 1 und das dann zu erweitern auf Matt in 2. Vielleicht nicht nur Matt in 2, sondern Matt in 1 oder 2. Das heißt, ich würde hier eigene Sammlungen machen und würde den Regler hier dementsprechend von 1 bis 2 und würde hier auf Matt gehen. Und das sollte erstmal die Basis für eure Taktikfähigkeiten sein, dass ihr Matt-Bilder erkennt und Matt-Muster. Denn letzten Endes ein Großteil der Aufgaben basieren auf Matt-Mustern. Auch viele Aufgaben, wo es um Materialgewinn geht, die haben letzten Endes Matt-Drohungen drin, die der Gegner abwehren muss, sodass ich dann Material gewinne. Aber diese Matt-Muster tauchen immer wieder auf. Das würde ich euch empfehlen, als Aufgabensammlung auf jeden Fall zu machen. Wenn ihr da sicher seid, das heißt, ihr löst da, sagen wir mal 90% oder 95% der Aufgaben innerhalb dieser ersten 30 Sekunden und ihr merkt einfach, okay, ihr könnt das mittlerweile, ihr seht die Matts. Dann würde ich euch empfehlen, das Ganze vielleicht ein bisschen abzuändern und mal auf Matt und kein Matt zu gehen und jetzt hier anhand von Wertungen einzustellen. Was ist der Unterschied? Bei diesen Matt-Aufgaben wisst ihr, ihr müsst Matt setzen. Das heißt, ihr sucht schon ganz anders. Ihr wisst, aha, es ist Matt in 1. Es ist Matt in 1 oder 2. Ich muss nur gucken, Schach, wo kann ich Schachs geben? Wie setze ich den König Matt? In so einer Aufgabe, ich mache jetzt mal 0 bis 1000 erstmal. Sammlung erstellen, ich nenne sie jetzt Sammlung 1000, erstellen, jetzt klicke ich hier schneller auf Training starten, breche wieder meine jetzige Aufgabe ab, muss auf Nächste klicken und das hier wegklicken. In diesem Fall weiß ich jetzt nicht, ob ich Matt setze oder Material gewinne und das kommt natürlich dann einer echten taktischen Aufgabe oder einer echten Taktik, die in einer Partie vorkommt, näher, denn in einer echten Partie sagt mir niemand, ey, hier, ist ein Matt in 2, musst du nur noch finden, sondern da sitze ich und erkenne, aha, es könnte vielleicht was gehen und dann muss ich das aber finden. Und hier mache ich es wieder ähnlich. Ich erkenne ja zum Beispiel das Muster, der König hat hier kein Feld mehr, der kommt über e7 nicht raus, schwache Grundreihe, Turm d8, Matt in 2. Nächste Aufgabe. Ja, und das wird jetzt hier eben schon anders. Hier als Schwarzer werde ich jetzt sicherlich nicht Matt setzen. Ich sehe ja jetzt aber hier, der Turm ist gerade auf diese Diagonale gezogen, den kann ich einfach wegschlagen. Ich sollte nochmal kurz checken, dass der Gegner nicht auch irgendwie droht, mir was wegzunehmen. Tut ja nicht. Also nehme ich jetzt einfach mal den Turm weg und habe die Aufgabe gelöst. Ja, dieses Video soll euch jetzt ein bisschen helfen, die Konzepte, die ich euch vorgestellt habe in dem Effektiv-Taktik-Lernen-Video auch wirklich praktisch umzusetzen. Und Chess-Tempo ist hier eine Möglichkeit, mit dem Vorteil, dass man sehr schön individuelle Aufgabensets erstellen kann. Kostet halt ein bisschen was. Wenn man das nicht möchte, gibt es eben doch andere Möglichkeiten. Freie Taktik-Trainer wie Lead-Chess oder ähnliches, da kann man eben diese Aufgabensets aber nicht erstellen. Ich selber finde diesen Chess-Tempo-Trainer daher sehr nützlich und gerade für Leute, die anfangen mit Schach oder sich verbessern wollen und im Bereich vielleicht unter 1500 sind oder noch deutlich darunter als sehr nützlich, um diese taktischen Muster, die man unbedingt braucht als Schachspieler, schnell und effektiv zu lernen. So, damit bin ich jetzt mal raus für heute. Macht's gut und bis bald!